Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Bereich Leistungsproblem des Verteiler-Absolut-Druck-Luftdruck-Kreislaufs Was bedeutet das? Dieser Diagnose-Fehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Das Antriebsstrangsteuermodul PCM verwendet den Verteiler-Absolut-Drucksensor MAP zur Überwachung der Motorlast. Hinweis Einige Fahrzeuge verfügen über einen Luftdrucksensor Barro, der in den Luftmassenmesser MAF integriert ist, und keinen MAP-Sensor. Andere Fahrzeuge verfügen über einen MAF-Baro-Sensor und einen redundanten MAP-Sensor, bei dem der MAP-Sensor funktioniert als Backupper-Eingang bei MAF-Ausfall. Das PCM liefert ein 5-Volt-Referenz-Signal an den MAP-Sensor. Normalerweise versorgt das PCM den MAP-Sensor auch mit einem Erdungskreis. Wenn sich der Krümmerdruck mit der Last ändert, informiert der MAP-Sensoreingang das PCM. Im Leerlauf sollte die Spannung 1 bis 1,5 Volt und bei Vollgas-WOT ungefähr 4,5 Volt betragen. Das PCM sucht nach einer Änderung des Krümmerdrucks, der eine Änderung der Motorlast in Form von Änderungen des Drosselklappenwinkels, der Motordrehzahl oder des Abgasrückführungsstroms AGR vorausgeht. Wenn das PCM keine dieser Faktoren ändert, während eine schnelle Änderung des MAP-Werts festgestellt wird, wird ein P0106 festgelegt. Ein typischer MAP-Sensor. Mögliche Symptome. Folgendes könnte für einen P0106 symptomatisch sein. Motor läuft unruhig. Schwarzer Rauch am Auspuff. Motor läuft nicht im Leerlauf. Schlechter Kraftstoffverbrauch. Motor verfehlt mit Geschwindigkeit Ursachen. Ein P0106 kann verursacht werden durch schlechter MAP-Sensor-Eindringen von Wasserschmutz in den MAP-Sensorstecker Intermittierendes Öffnen im Referenz-, Erdungs- oder Signalkabel für den MAP-Sensor Intermittierender Kurzschluss im Referenz-, Erdungs- oder Signalkabel für den MAP-Sensor-Erdungsproblem aufgrund von Korrosion, die ein intermittierendes Signalproblem verursacht. Ein Bruch im flexiblen Luftansaugkanal zwischen MAF und Ansaugkümmer. Schlechtes PCM. Gehen Sie nicht davon aus, dass das PCM schlecht ist, bis Sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Mögliche Lösungen. Beobachten Sie mit einem Diagnosetester den MAP-Sensor-Wert bei eingeschaltetem Schlüssel und ausgeschaltetem Motor. Vergleichen Sie den Barrowert mit dem MAP-Wert. Sie sollten ungefähr gleich sein. Die Spannung für den MAP-Sensor sollte ca. 4,5 Volt. Starten Sie nun den Motor und suchen Sie nach einem signifikanten Abfall der MAP-Sensor-Spannung, der anzeigt, dass der MAP-Sensor funktioniert. Wenn sich der MAP-Wert nicht ändert, führen Sie folgende Schritte aus. Trennen Sie bei eingeschaltetem Schlüssel und ausgeschaltetem Motor den Unterdruckschlauch vom MAP-Sensor. Ziehen Sie mit einer Vakuumpumpe 20 Zoll Vakuum am MAP-Sensor. Fällt die Spannung ab? Es sollte, wenn der Vakuumanschluss des MAP-Sensors und der Vakuumschlauch zum Verteiler nicht auf eine Einschränkung überprüft werden. Bei Bedarf reparieren oder ersetzen. Wenn es keine Einschränkungen gibt und sich der Wert mit dem Vakuum nicht ändert, führen Sie die folgenden Schritte aus. Überprüfen Sie bei eingeschaltetem Schlüssel und ausgeschaltetem Motor und abgezogenem MAP-Sensor das Referenzkabel zum MAP-Sensorstecker mit einem Digital auf 5 Volt Voltmeter. Wenn keine vorhanden ist, prüfen Sie den PCM-Anschluss auf Referenzspannung. Wenn die Referenzspannung am PCM-Anschluss, aber nicht am MAP-Anschluss anliegt, prüfen Sie, ob das Referenzkabel zwischen MAP und PCM offen oder kurz geschlossen ist, und wiederholen Sie den Test. Wenn eine Referenzspannung anliegt, prüfen Sie den MAP-Sensorstecker auf vorhandene Masse. Wenn es nicht vorhanden ist, reparieren Sie die Unterbrechung den Kurzschluss im Erdungskreis. Wenn Masse vorhanden ist, ersetzen Sie den MAP-Sensor. Andere MAP-Sensorfehlercodes umfassen P0105, P0107, P0108 und P0109. Punkt.